So, nachdem ich wieder ganz viele Sachen durcheinander gebracht habe, jetzt der zweite Versuch. Ich sitze auf dem Stammtisch in Freising im Bräuhaus. Bisschen kleiner das Ganze als bei uns in Freisen. Ähnlicher Name, aufpasse, nicht das gleiche. Hier sind sie die Leute, alle behaupten. Sehr gemütlich, sehr urig, alle sehr nett. Ich würde mal sagen, ich melde mich dann morgen wieder. Peace!